Hallo, dies ist das zweite Video zu den Kosmos-Experimentierkästen aus meiner Sammlung. Zu jedem Kasten gibt es in der Videobeschreibung einen eigenen Link zu weiteren Bildern und Dokumenten. Die nächsten zwei Videos sind auch Teil meiner persönlichen Geschichte. Wie ich schon im Video, der Beginn meiner Röhrensammlung erzählt habe, war man statt in die Elektronik alles andere als leicht. Heute würde man sagen, es ist kompliziert. Dieser Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Um eine kurze Zusammenfassung, der Saufkumpane meines Vaters hat damals bei der Bundespost gearbeitet und hat mich mit Elektronikteilen versorgt. Und er hat auch angeregt, eventuell einen Exportierkasten für mich zu kaufen. Der Name Kosmos wurde auch explizit erwähnt. Dabei gab es aber das übliche Gegenbild meiner Mutter. Ich kann damit nichts anfangen, ich würde es nur in der Ecke stehen lassen, es verstaubt doch, ich kann damit nichts tun und so weiter und so fort. Das übliche Hickhack. Trotzdem wurde ein Kasten angeschafft, nämlich der Kosmos Radio und die Elektronik 100. Und er wurde damals Teil meiner damals gebrühten Welt. Der hier gezeigte Kasten ist leider nicht mein Originalkasten. Der ging den Weg alles Erdischen, nämlich wurde von meiner Mutter vernichtet. Sprich, schön kleingerissen und tief in die Mülltonne versenkt, um ihre Belüste zu befriedigen. Beziehungsweise sie hat irgendwas kompensiert aufgrund ihrer Erkrankung. Wie es sei, ich habe alle Kasten über eBay-Aktionen versucht wiederherzustellen. Das ist großteils geglückt. Es war etwas aufwendig. Aber die hier gezeigten Kästen sind möglichst im Originalzustand. Ich beschreibe den Inhalt, die Funktion der einzelnen Komponenten. Kosmos war in einigen Punkten sehr innovativ. Besonders angetan haben es mir die Kästen, die ich mir damals nicht leisten konnte. Beziehungsweise die einfach unerschwinglich waren. Wie zum Beispiel die Kosmos Computer Praxis und ganz wichtig, das Kosmos Oszilloskop. Da wird es auch in den entsprechenden Videos eine kleine Überraschung geben, weil beide habe ich noch nicht geprüft. Das heißt, im Verlauf in der Kamera gibt es dann praktisch den Live-Test, ob es noch funktioniert. Ansonsten versuche ich, wie gesagt, die Kästen vorzustellen. Und auch in Funktion sprich, ich versuche, von jedem Kasten ein Experiment aufzubauen und ein bisschen zu erklären. Es ist nichts Großes, nichts Wildes, aber halt so hat alles angefangen. Also, viel Spaß. Dies ist die Titelseite eines Prospekts der Frankschen Verlagshandlung Stuttgart, dem Herausgeber der Kosmos Experimentierkästen für das Jahr 1983-84. Der Link zum kompletten Download ist in der Videobeschreibung. Der Verlag hatte und hat bis zum heutigen Tag ein sehr großes Angebot an Experimentierkästen mit technischem und wissenschaftlichem Hintergrund. Eine der bekanntesten war der Kosmos Radioman, herausgegeben 1934 und später die erfolgreiche Serie Kosmos Elektronik Junior sowie schließlich Kosmos Radio und Elektronik 100 und 101 sowie anschließend den Kosmos Elektronik Labor E200, auf die sich die nächsten zwei Videos beziehen. Der Elektronik Junior war leider nicht in meinem Besitz. Ich habe nur das Handbuch. Zitat aus dem Prospekt. Die vorbildliche Erstausrüstung für viele interessante praxisnahe Experimente. Von einfachen Schaltkreis bis hin zum Mittelwellenradio. Ab zehn Jahre. Versuchsprogramm über 30 leicht verständliche erklärte Versuche, unter anderem Blumenwächter, Polizeiplinker, Quizuhr, elektronische Melodie, Lügendetektor, Transistopprüfer, Belichtungsautomatik, Radio und so weiter. Das Cover des Handbuches ist sehr typisch für die 70er Jahre. Angefangen bei den Frisuren, über den knallroten Törtelneck-Pullover bis hin zu den nachträglich geweißten Zähnen. Aber nach all der optischen Kritik, das Handbuch hat es in sich. Prinzipiell kann man wohl sagen, dass alle Handbücher von Cosmos didaktisch und inhaltlich sehr gut aufgebaut sind. Alle Komponenten werden der Reihe nach ausgiebig und gut vorgestellt. Eine kleine ironische Anmerkung zu dem Satz, wenn du keine Batterien hast. Heute praktisch undenkbar, man geht einfach in den nächsten Späti oder zu einer Tankstelle. Aber in den 70er Jahren war so ein kleines Detail wie vergessene Batterien in der Tat ein sehr großes Problem. Ein großer Vorteil des Cosmotronix-Systems war, dass alle Verbindungen zwischen den Bauteilen ohne Werkzeuge und ohne Löten hergestellt werden konnte. Rechts unten ist ein modernes Steckboard zu sehen, welches für elektronische Versuchsaufbauten heute benutzt wird. Die Schaltungen werden selbst immer in zwei Arten dargestellt. Als klassisches Schaltbild, sowie im Aufbau auf dem Cosmos-Steckbrett. Wie schon zu Anfang erwähnt, der Radio- und Elektronik 100 war mein erster Kasten von Cosmos. Diesen gab es in zwei Ausführungen. Zum einen als Aufbaukastenübergang Ü1 und Ü2 vom Elektronik Junior aus, wobei dann immer mehr Bauteile dazukamen. Die Stufe Ü2 entsprach dann dem Radio- und Elektronik 100, den es auch als Einzelkasten zu kaufen gab. Zitat aus dem Prospekt zum Radio- und Elektronik 100. Die unübertroffene Experimentier-Ausrüstung zum Erforschen der Radiotechnik und Elektronik. Mit modernsten Bauteilen wie Leuchtdiode, Verstärker IC, in steckbaren Modultechnik, Lautsprecher und so weiter. Hochinteressante Anleitungen für die Praxis. Ausgewogen, leicht verständlich, theoretische Erklärungen. Ab zwölf Jahren und für Erwachsene. Versuchsprogramm Prüfgeräte Warnanlagen Geräuschmelder Verstärker Mittelwelleradio Kurzwellenempfänger Elektrische Musik Blinklicht Regenmelder Feuerwehrsirene Zeitschalter Metronom Füllanzeiger Morsesummer Multivibratoren Belichtungsschalter Und vieles andere. Es gab zusätzlich noch die Variante Radio und Elektronik 101 mit einer dritten Steckplatine und einem größeren Verritstab. Sowie die letzte Ausbaustufe Ü3 mit einem geschlossenen Gehäuse. Das bereits Ähnlichkeit mit dem Kosmos E200 hatte. Doch dieser wird erst im nächsten Video behandelt. Zu sehen ist der Kasten für die Ausbaustufe Ü2. Dieser hatte Lehrfächer für bereits behandelnde Komponenten des Elektronik Junior und dem Aufbaukasten Ü1. Natürlich enthielt er auch neue Komponenten und ein neues Handbuch. Das rechte Bild zeigt den komplett gefüllten Kasten. Im Deckel befindet sich das neue Handbuch. Links ist der leere Deckel zu sehen, ohne Handbuch. Dies sind alle Komponenten des Radio und Elektronik 100. Links oben die beiden NPN-Transistoren, die Leuchtdiode sowie einige elektromechanische Bauteile. In den mittigen oberen Fächern befinden sich weitere elektronische Bauelemente wie Kondensatoren, Widerstände, die Germaniumdiode. Rechts oben ist der Kupferlackdraht zum Wickeln der Spule zu sehen, sowie ein Teil des Batteriefachs. Mittig links sind die Drahtbrücken sowie die Kontaktfahnen für die Spule selbst. Daneben die Bedienelemente und das Batteriefach. Und ganz unten die beiden Steckbretter, der Lautsprecher und das NF-Modul. Die Spule sowie den Ferritkern inklusive Abgleichstift. Und zum Schluss die beiden Potentiometer. Einmal zum Einbau in den Rahmen und einmal als Trimmer zum Stecken. Kommen wir mal zur Erklärung der mechanischen Bauteile. Als erstes die Frontplatte. Die besteht primär aus dem Batteriehalter für die drei Zellen. Den Grill für den Lautsprecher. Die Aussparung für die Leuchtdiode. Sowie die Aussparung für drei Potis, beziehungsweise einen Drehkondensator. Diese Frontplatte wird auch für den Radio und Elektronik 101 benutzt. Also die nächste Ausbaustufe. Und dort sind zusätzlich noch ein Potentiometer und ein Drehkondensator enthalten. Der Cosmos Radio und Elektronik 100, den ich jetzt hier vorstelle, hat nur einen Potentiometer in der Frontplatte und einen Trimmer auf der Platine, beziehungsweise im Steckbrett. Die Rückseite ist ähnlich aufgebaut. Der Lautsprecher wird reingequetscht. Es gibt die Lochung für die Leuchtdiode. Die Leuchtdiode wird mit zwei Schrauben fixiert. Dasselbe auch für die Potis, die mit einer Kontermutter dann entsprechend fixiert werden. Ich habe die Durchführungen für die Drähte. Die Benennung. So wie es im Schaltplan enthalten ist. Und natürlich den Ein-Ausschalter. Der Ein-Ausschalter wird auf der Rückseite mit einem Metallplättchen fixiert. Und nimmt dann die entsprechenden Kontakte ab. Das sehe ich da ungefähr so nicht. Ich möchte den Kasten jetzt nicht mehr komplett zusammenbauen, weil die Gewinde in der Frontplatte schon ziemlich ausgefranst sind. Also der Kontakt wird so über dem Schalter verschraubt und legt dann entsprechend auf. Das ist die Anaband, wenn ich hier alles schreibe. andere pinzette so ungefähr hätte das ausgesehen und hier an der seite ist dann der kontakt zum batterie fach im batterie fach gibt es noch eine feder für den negativen pol und natürlich den zweiten kontakt für den positiven pol dann kommt das wichtigste teil nämlich die steckplatinen die steckplatinen sind patentiert das ist das kosmotronik system stecksystem und an sich sehr innovativ zusätzlich gibt es noch abbiegehilfe für die drähte und bauteile die ähnlichkeiten zu den modernen brettboards sind verblüffend es gibt zwei stück zusätzlich zusätzlich gibt es noch taster zwei stück der taster ist relativ einfach ausgeführt er besteht nur aus einer metallzunge und der taster wird einfach in einen kontakt eingesteckt bildet somit mit dem mit der nebenliegenden steckverbindungen ein elektrischen kontakt wenn man drauf drückt so einfach wird ein taster realisiert davon gibt es zwei stück kommen wir mal zu den elektrischen komponenten zum einen den lautsprecher man sieht schon auf dem staub an der mepran dass dieser lautsprecher schon längere zeit verbaut war im kasten es handelt sich um einen normalen 8 ohm lautsprecher mit einer leistung von 0,2 watt das ist ein standard lautsprecher der in den 70er jahren in fast allen taschenradios verbaut wurde er hat einen permanentmagneten wie üblich es gibt zwei potentiometer unter anderem ein aufsteckpotil für die steckplatine dieses hat 10 kilo ohm in linearer teilung und ein zweites potentiometer für die frontplatte dieses hat eine logarithmische teilung und hat 100 kilo ohm wo ist der unterschied zwischen linear und logarithmisch das problem ist wir hören und wir sehen logarithmisch wenn ich jetzt eine skalen aufteilung habe zwischen 0 und 10 erwarte ich dass wenn das potenti auf 0 steht die minimalste lautstärke und auf 9 oder 10 die maximalste lautstärke und wenn ich auf 5 drehe ist es die mittlere lautstärke genau das wird eintreten wenn ich ein potentiometer mit logarithmischer teilung nehme wenn ich eine jahres potentiometer nehmen würde hätte ich am anfang der skala fast keine änderung und gegen ende der skala schlagartig eine änderung ich könnte damit keine vernünftige teilung einstellen das sind die drahtenden die wurden von meinem vorbesitzer verzinnt die original drähte sind wie beim lautsprecher zu sehen unverzinnt fokus kommt und nur einfach verdrillt dann gibt es den drittesten teil also den den ich sehr lange gesucht habe um ihn zu komplettieren nämlich die spule das ist ein sehr gesuchtes teil für den radio empfang muss eine eigene spule gewickelt werden für diese spule gibt es auch ein ferritkern für diese spule gibt es auch ein ferritkern kann eingedreht werden und um die schwule besser abgleichen zu können gibt es ein abgleichsstift aus grundstoff und jetzt kann ich damit den ferritkern auf die passende position stecken bzw schieben und damit das ganze auch vernünftig hält mechanisch gibt es auf der frontenplatte eine eigene lochung speziell für die spule Grund Punkt Kurze Was ist das? Was ist das? birthday eine w jetzt kann ich die Spule beliebig abgleichen und was eine Spule ist, die muss gewickelt werden und dafür gibt es Kupferlackdraht das hier ist eine Originalspule was mich immer gewundert hat bei den ganzen Kästen die ich gekauft habe um zu komplettieren ist mir aufgefallen dass die Spule immer eine der wenigen Komponenten war, die fast unbenutzt war das stellt jetzt so ein bisschen die Frage ob Spulenwickeln unbeliebt ist und dann als letztes das sogenannte NF-Modul das NF-Modul enthält ein IC, ein TPA820 dies ist ein integrierter Verstärker mit ungefähr maximal 2 Watt bei 12 Volt Betriebsspannung er benötigt zum Betrieb nur wenig externe Bauteile das ist die Isolierplatte so sähe das Ganze dann ohne aus also man sieht dass der Aufbau des NF-Moduls ist sehr übersichtlich es gibt nur 5 Eingänge es gibt den Pluspol, den Minuspol den Ausgang für den Lautsprecher die Einstellung des Verstärkungsfaktors und der Eingang für die unverstärkte Spannung das NF-Modul kommt überall zum Einsatz wo wie gesagt Audio verstärkt werden muss kommen wir mal zum Test der restlichen Komponenten ich nutze dazu einen Universaltester der es im Internet für circa 15 Euro zu kaufen gibt es ist nichts Wildes, aber es reicht aus um Komponenten grob einschätzen zu können und die PIN-Belegung bei Transistoren und Dioden feststellen zu können die beiden Transistoren des Kastens sind bereits positioniert in entsprechendem Steckfeld oben ist der Kollektor in der Mitte ist die Basis und unten ist der Emitter die verbinde ich jetzt mit dem Tester entsprechend nämlich das PIN 1 des Testers wird der Kollektor PIN 2 wird die Basis und PIN 3 wird der Emitter wer sich jetzt wundert, weshalb ich mich dauernd so komisch dran stelle das liegt daran, dass ich versuche mein Bart aus dem Bild rauszuhalten und arbeite jetzt mehr oder weniger freischwebend mit drei Händen das ist ein bisschen schwierig, aber es geht so, dann testen wir mal den Transistor und der Tester hat recht es ist ein NPN Transistor der Kollektor ist PIN 1 Basis ist PIN 2 und der Emitter ist PIN 3 stecken wir mal um zum zweiten Transistor der ebenfalls identisch getestet wird also somit kann man feststellen, dass die beiden Transistoren funktionieren PIN 3 des Testers wird jetzt entfernt da die nächsten Komponenten nur zwei Bauteile haben jetzt habe ich den Transistor versehentlich getestet mit nur zwei PINs und der Transistor wird als Diode erkannt weil ein Transistor auf Kollektor und Basisstrecke ist nichts anderes als eine Diode so, PIN 1 des Testers PIN 1 des Testers geht jetzt hier auf die linke Seite und PIN 2 des Testers geht auf die rechte Seite und wir machen weiter mit der Leuchtdiode ich weiß, da haben wir alte Probleme im Fokus ich hoffe der Fokus ist jetzt da bei Leuchtdioden wird der lange Draht die Anode markieren und der kurze Draht ist die Kathode die Anode ist ebenfalls markiert im Gehäuse der Leuchtdiode nämlich die Leuchtdiode ist an einer Stelle abgeflacht das ist jetzt leider fast nicht zu erkennen aber auf der linken Seite erkennt man eine kleine Abflachung das ist nachts um zwei und das markiert auf der Leuchtdiode die Anode genauso wie der lange Draht längere Draht die Leuchtdiode wird jetzt eingesteckt Anode langer Draht ist auf der linken Seite und kurzer Draht Kathode ist auf der rechten Seite beim Testen wird jetzt die Leuchtdiode kurz aufblinken und der Tester hat richtig getestet das ist eine Diode mit der Anode auf Pin 1 aus der linken Seite und der Kathode auf Pin 2 auf der rechten Seite ich mache jetzt hier ein Feld weiter weil ich jetzt ein bisschen mehr Platz brauche jetzt geht es weiter da wir gerade bei Dioden sind mit der Germaniumdiode Germaniumdioden haben eine Besonderheit nämlich die die Kathode ist markiert der Ring markiert die Kathode bei einer Germaniumdiode ich kann mich dementsprechend einstecken also auf der linken Seite Pin 1 des Testers ist die Anode und Pin 2 auf der rechten Seite mit Markierung ist die Kathode und so wird es auch getestet Kathode ist Pin 2 also auf der rechten Seite und Anode ist Pin 1 Anode Pin 1 Kathode Pin 2 so machen wir weiter mit den Kondensatoren diese Bauform von Kondensatoren hat lange Zeit meine Sicht geprägt über Kondensatoren weil Kosmos lange Zeit diesen Typ von Kondensator benutzt hat kommt Fokus ist ein bisschen schwer zu erkennen aufgrund der giftig grünen Farbe das ist ein 100 nf Kondensator können wir jetzt mal testen testen er wird mit 93,3 nf getestet soll haben 100 nf also der Kondensator passt dann geht es weiter mit einem Styroflex Kondensator Fokus Kondensatoren Fokus Kondensatoren die Bild Styroflex ist ein eingetragenes Warezeichen der norddeutschen Seekabelwerke AG und es ist im Prinzip nichts anderes als ein Folienkondensator allerdings in der Besonderheit Styroflex Kondensatoren haben eine sehr geringe Verlustleistung im Dielektrikum das Dielektrikum besteht aus Polystyrol und die Folie selbst meistens aus Aluminium das macht sie sehr gut im Einsatz im HF Bereich weil HF Schaltungen stehen und fallen mit der Qualität der Kondensatoren der Kondensator soll haben 82 pf tun wir mal einsetzen schlimmsten Fall teste ich meinen Unterarm wird mit 83 pf getestet soll haben 82 pf das passt zum Schluss noch ein Elektrolyt Kondensator nämlich ein Elko mit 10 Mikrofarad und die Kondensator der mit 17,7 µF getestet wird. Die Toleranz bei Elkos ist meistens relativ hoch, insofern ist es noch im plausiblen Bereich. So, zum Schluss noch ein Widerstand. Es wurden meistens Kohleschicht-Widerstände verbaut, also beigelegt bei Kosmos. In diesem Fall handelt es sich um einen 680 Kiloohm Widerstand. Der mit 710,2 Kiloohm getestet wird, also passt ebenfalls. Somit sind jetzt alle Bauteiltypen getestet und wir beginnen mit dem Aufbau des Gerätes selbst. So, es geht weiter mit dem Aufbau des Gerätes. Wir fangen an mit der Frontplatte und es wird in die Frontplatte eingesteckt das Putti und der Lautsprecher. Der Lautsprecher selbst wird eingequetscht. Für die Verbindungskabel gibt es eine Durchführung und an der Seite werden Kunststoffzapfen eingesteckt, um die Frontplatte mit der... ...so... 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 das ist die eine Platte. Jetzt habe ich hier die Kabel für den Lautsprecher. Jetzt fehlt das Potentiometer. Ich drehe zuerst die Kontermutter ab und setze das Putti in die Frontplatte ein. Und arretiere die Kontermutter auf der anderen Seite und muss jetzt die Drähte durchführen. Man sieht an der Markierung... N ist die Unterseite. Der Fokus klappt nicht ganz. N ist die Unterseite des Trimmers. Das Putti ist... Entschuldigung. H ist die Oberseite und S ist der Schleifer. Das versuche ich jetzt hier mal entsprechend anzufädeln. Ich setze auch hier... Jetzt die zweite Platte. ... ... ... ... ... ... ... so damit ist damit ist jetzt die frontplatte montiert ich habe das putti es fehlt noch der drehknopf setzen wir auf nun ich habe meinen lautsprecher ich habe meine putti vergessen die transistoren auszustecken aber egal gut dann geht es jetzt weiter mit der bestückung der platine so das ist die aufgebaute frontplatte wie gesagt das batteriefach ist noch leer da ich keine batterien habe ich nutze später ein netzteil das putti mit einstellknopf demontierte lautsprecher kabel die kabel fürs putti aufgrund der tatsache da hier dauernd feuerwehrwagen vorbeifahren habe ich mich dazu entschieden die feuerwehrsirene aufzubauen das hier ist der entsprechende schaltplan die erklärung des schaltplans kommt später jetzt heißt es erst mal das ganze fehlerfrei aufbauen so die feuerwehrsirene ist aufgebaut ich muss zugeben nach über 40 jahren wieder einen kosmoskasten aufzubauen hat schon irgendwie was ich fühle mich in der tat etwas jünger und habe gerade nachgesehen der bad ist noch dran und alles andere auch das gefühl ist mehr virtuell aber es hat irgendwie was wieder einen kosmoskasten aufzubauen so um zum beweis dass das ganze funktioniert es ist halb vier nachts ich kann nicht allzu laut machen das ist die schaltung so wie sie auf dem steckbrett aufgebaut ist und das ist der schaltplan man sieht auf der rechten seite einer stabilen multivibrator der die schwingfrequenz erzeugt diese wird über den taster ta eingeschaltet der widerstand r6 mit 2,7 kilo ohm bestimmt wie schnell sich der kondensator c4 auflädt und somit die zeitdauer des auftreuleffekts wenn ich den taster wieder loslasse entlädt sich der kondensator so lang bis der stabilen multivibrator wieder aufhört zu schwingen die frequenz des multivibrators kann über die kondensatoren c1 und c2 beziehungsweise die ladewiderstände mit r7 und r1 bestimmt werden wobei ich wieder blödsinn erzählt habe es ist r4 und r3 der kondensator c3 koppelt die nf frequenz aus über das logarithmische potentiometer p1 mit dem ich die lautstärke einstellen kann das ganze geht dann in die black box des nf moduls welches über den 150 ohm widerstand sein verstärkungsfaktor festgelegt wird der ausgang des moduls geht direkt in den lautsprecher und über den schalter s kann ich das ganze ein ausschalten so soweit der ausflug in die vergangenheit ich hoffe es hat alles spaß gemacht und demnächst geht es weiter mit dem elektronik labor e 200 mit allen erweiterungskästen und noch ein kleiner behind the scenes ich habe keine batterien deshalb musste ich wie gesagt mein labornetzteil benutzen und das ganze sieht so aus danke für das interesse und bis bald